ja und damit hallo und herzlich willkommen zur weihnachtsepisode von ttt natürlich sind auch die anderen vom team da hallo hallo ich bin ja so wie immer kommt doch mal alle her ich hab's markiert ich habe den marker gesetzt kommt doch mal alle her seit mal den moment brav deswegen jetzt auch bitte an den trader oder sowas sind euch nicht gegenseitig für den moment ausnahmsweise mal lasst uns rüber gehen irgendein spaßvogel hat die qualmgranate geworfen genau das weihnachtliche stimmung des bleikommens ich habe den marker gesetzt so blindfisch so wir wissen und die zuschauer vielleicht auch der captain hat in vier tagen geburtstag und da haben wir uns einmal hingesetzt und haben gedacht der captain könnte man neue spray gebrauchen und da hat der wendel sich mal hingesetzt und hat für den captain das hier gebastelt auch das ist aber süß das lasse ich dann nach der runde zukommen und du bekommst von uns das ding auch noch mal ausgedruckt eingerahmt das werden wir noch einmal bei uns allen rumschicken dass jeder von uns noch unterschreiben kann jungs das ist aber nie von euch jetzt lasst alle die granaten fallen aber schon den ersten verlust oder ja mich du schuldest mir eine knarre captain ich habe schon wieder so gepennt ich habe nicht mitbekommen er sagt doch beim explodieren da was unter mir ich habe ich habe einfach über den haufen geknattert wunderschön also wie immer ich liebe dich liebe das geht ja gut los aber die map ist geil da sieht es geil aus wenn ich das rumfliege ich verteile keinen schaden das ist die das ist die weihnachtsedition ja ich habe aber auf der normalen habe ich es nicht wahrscheinlich schon habt im staffel eins oder so ist so kristen hatten wir noch nicht weiter ich kenne die auf jeden fall auch nicht deswegen auch die haben im community play day mal gespielt schaut gerne mal auf den discord vorbei wir spielen das auch immer so genau wenn es klappt einmal im monat im community play day auch mit jackbox gothic phone etc am nächsten bin ich ja glaube ich auch dabei ich war mir jetzt kann ich weiß ob das der nächste schon ist oder der übernächste aber ich denke es war der nächste schon ich muss noch mal der nächste termin überhaupt gesetzt war ich habe mich angemeldet bei ganz ganz kurz da ein so guter zeichnis habe ich mir natürlich lumpen lassen und habe ihm auch einen auftrag gegeben und die captain dran zuschauer werden das demnächst dann bald sehen in meinen videos seid gespannt tötet nicht den da das klingt ja schon mal geil okay das ist schon jemand die sturm auch echt wer ich suche gerade ich bin sheriff und muss diesen und warum bist du schon süd wie tot scheinlichen tat muss ich auf den grunde gehen wo liegt hierbei ich bleibe dir wo bin ich denn jetzt hier gelandet specks ist danach ist er danach dann ist er der das ist wenn auch es wäre fast wieder passiert ich war gerade irgendwo der kanalisation ich habe erlebt ich gar nicht erleben wollte was ist hier wieder los jetzt bin ich sheriff der sheriff hat mich angeschossen echt oder ich war wechsler und warum hat mich angeschossen imsel hör auf mich zu boxen wirst du mir gefallen tun specks ach du bist jetzt wechsler ne wenn der sheriff mir nicht glaubt captain ist es captain was du hast mich gefallen hat captain wieder traiter gebucht ich kann mir nichts im shop kaufen wenn ich durch wechsler scharf geworden bin notice me notice me notice me captain vergotten notice me sheriff so eine scheiße die waffe hat so einen rückstoß das knallt mir einfach das visier nach dem buch hoch ich habe die falsche maustaste gedrückt ich habe überhaupt nichts verstanden das knallt mir einfach das visier nach dem buch du wenn ich damit schieße ich habe ich glaube ich weiß ich habe nicht auf den namen geschaut das ist seine lieblingswaffe geschossen wenn sie stellt sich vor den traiter haupt sondern kann damit den punkt abgreifen natürlich krampus war gut zu mir dieses jahr das ist mein ding krampus ist ja hier ist wieder das ding ja das ist huge die huge musst du es auch richtig aussprechen ja huge ach leute man könnte nicht mal wissen wer weihnachtliche stimmung ist es läuft sogar weihnachtliche lieder natürlich bist du lieber als toibarn warum ist wenn es eigentlich immer als einzigster weiß was du hast einen weißen mantel ein kittel eigentlich alles gut okay das war jetzt schon fast aber auch nur fast wieso stehe ich ja naja alles klar warum ist es doch es ist besinnlich jetzt kommen wir spielen mal donkey kong country oder mario ich werde gleich eliminieren weil ich das einfach kann hier ist der eingangsbereich schön weihnachtlich ein baum kranz was macht die münster nein ich habe meine beine gebrauchen wo gurkt ihr denn bitte schön rum ich bin durch dieses ding durchgerutscht ich war grad so komplett verwirrt kannst du irgendwie reingehen und rutschst du da durch so eine hier durch so eine wasserrutsche durch und kriegst halt fallschaden darin kurz angst dass ich sterbe das ding ist ja ach so jetzt wird man natürlich auf die sprinttasche drücken aber eigentlich sollte man hier safe landen können ja also ich habe da schon aber ich habe mitten in dem ding fallschaden bekommen das ob doof kann auf jeden fall weil es drin was auch komplett dunkel ich habe nichts gesehen heiler sagt jetzt reiz und töten ich bin so gesehen dass jetzt ja weil es kann was ist das hier alter mal gucken wer mich findet warum zeit schreibt zack in den chat das ist wirklich ein schöner helm so schön jemand die sturm granate nein das noch nicht das noch nicht hat nur vergessen die notifikations was ist passiert das war nicht gewollt ich habe gesehen zack war hinter baum hat die granate geschmissen dachte er sieht das aber er hat es auf sich nicht gesehen läuft bei euch ich war traiter ich war älterlich ich wusste dass das der traiter klasse ist du gewinnst eigentlich mit denen die am leben bleiben du kriegst es unten links angezeigt by the way ja ich hab's gelesen hast du mich da gesehen ja ich mich durch die wand gesehen also durch den baum durch so umrisse von dir ich habe halt gelesen dass die runde überleben oder so aber ich habe halt nicht verstanden was die klasse macht ich bin einfach innocenten scheiße kann das klar im vorteil ganz ehrlich ich denke ich war nicht schön mich ist alles verpackt alter versteckt natürlich ein bisschen blöd wenn man mich voll durch sehen könnte er hat dich nur gesehen weil er mit ihrem team war deswegen hat er dich geoutlined gesehen ich war älterlich weiß nicht das hat ja irgendwie keiner so wirkliche klasse älterlich gewinnt einfach mit denen die gewinnen ja okay das ist natürlich gut zu wissen ah ja granate ich gehe weg von spex ich hab mal wieder eine granate beim baum ich denke man das ist einfach präventiv ganz gut aber immer mit spex granaten schmeißt den sterbe ich irgendwie jetzt habe ich das schön das war ein schöner kill vor allem ich wusste dass es dich trifft ich hab nur so drauf gewartet bis die ja nicht explodiert ich werde immer voll mit seinen granaten magisch angezogen du musstest eigentlich karma dafür verloren haben nö ich habe volles karma haben wir alle ja ich war ja theoretisch nicht in seinem team ich habe auch dadurch die aktion gewonnen also ich denke mir nicht dass ich dann karma verlieren sollte ach velmi da bist du ja zacko rennt mir jetzt hinterher ich weiß nicht ob das so gut ist ja dann weiß ich wann du granaten schmeißt ja meinetwegen daneben so ich rufe ja auch jedes mal da bin ich so weg das stimmt allerdings so was haben wir hier eine granate ja warte 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 ich stelle mich neben dir ich will die granate in die tasse reinwerfen warte ich sehe schon irgendwann machen wir mal hier die ttt summer olympics ich bin die granaten weitwurfe und captain schießt mich an yeah das fühlt sich gut an ich war captain das fühlt sich richtig geil an oder das fühlt sich nach teamwork an so muss das wenigstens einmal in dieser staffel einmal wir haben nur ein problem da fehlt noch einer da oben ist es doch nee oder katka was los crappy nächstes bei dir so sich wieder selber kehren ja was ist selber kehren das kannst du doch jetzt hier mein ich bin mir selbst nicht ganz sicher also ja du hast gerade mein kollege abgeknallt das bin ich gar nicht so cool was ach die anderen sind jetzt wieder im kurzen weil wir marschieren jetzt hier eine halbe stunde wieder durch die gegend wahrscheinlich nicht so dass das übliche bald urlaub dicke vierte partys und so rufen junge das übliche halt ne du weißt 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 du was ich gewinnen werde ne so was würde drachen lord gern klar die alte quare ich hab dich doch bestimmt gesehen scheiße wo bist denn du man ich werde dir doch bestimmt irgendwo richtig easy ich bin einfach nur zu blöd um dich zu sehen wie immer oder ja könnte ich auch wie ein mann sein und hier runterkommen und ich dir mich stellen aber das war schlicht den schneider zu ich probiere mal so die zacko taktik echt oder mit dem sniper rumdödeln und denken wir einen auf dicken machen ne ich hab ne schlussflinte easy easy weißt du schon mit der zähne knirschen ja klar die will jetzt auch denken junge geh doch da hinten ne geh doch da hinten ne Junge die so okay aber ich bin nicht da junge wo bist denn du alter wieder ohne witz hast dir einfach mal ein teammate umgebracht meinen Kollegen weißt Lemsel und mich verbinden so viele Dinge so viel Geschichte schwaches Herz gib mir einen Tipp wo bist du äh in Elstheubahn wow sag bloß kannst du ja mal in die Luft schießen mit deinem Thomas the Tank Engine dann finde ich dich vielleicht ne was für Thomas ich hab keinen Thomas ich hab Drachenlord kann hätten wir dich doch als Drachenlord zeichnen sollen ja bloß nicht ich hab den Ruf habe ich schon weg das muss jetzt echt nicht dummer sein ja 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 genau meine Vögel meinen auch die sollte sich mal stellen einfach rauskommen wie man kämpfen du versteckst dich doch ich versteck mich nicht ich versteck mich auch nicht ich bin durch die Gegend du hängst wahrscheinlich irgendwo oben ab und nix da war ich mich erwischen oder so aber hey komm ich habe in vier tagen Geburtstag schenk mir doch den zweiten Sieg ab ich muss doch das ist irgendwo hier in der Nähe und man scheiße wo bin ich denn du da oben ist ja nicht die sich nicht da hinten irgendwas sein ach komm Mimmi ich räche dich glaub mir der fällt nicht so gut wie der Zack oder das ist das Problem der ist das wirklich das Problem nein ooo standen ja In den Rücken, Alter. Das war schon wieder so eine richtig anstrengende Runde. Was machst du denn jetzt? Wir müssen entweder Katka oder Captain zuerst gehen, damit sowas nicht passiert. Ich muss das einfach nicht machen. Ich bin das, wenn ich korrekt erlegt, in die Flanke. Wunderbar. Ich sehe doch, wie die Granate da runterfällt. Ja, so weit ist die Reichweite nicht. Gleich wieder Schaden von der Granate. Ich kriege leicht erkältet. Entschuldigung. Oh, Melon Launcher. Den hätte ich mal hier erfinden sollen. Ja, dann hat er ja mein Wemmi. Aber Wemmi, mit was hast du mich getroffen? Mit dem Lala... 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 Aber Wemmi, das war ein richtig geiles Team-Up, ne? Es war ein gutes Team-Up, bis ich gerufen habe, da ist Katka da oben! Und er mich dann dir nach instant erschoss. Ja, du hattest Glück. Ich habe dir direkt auf die Birne gezielt. Und als ich abgedrückt habe, hast du dich bewegt. Sonst wäre es halt einfach so... Mein Instinkt ist nicht von dieser Welt. Ich muss sagen, mir fehlen auf der Webdefizit die Double Barrel-Struck-Fronten. Yay! Cool, ich bin Sheriff. Und da ist der Goblin. Da ist der Goblin. Nein, bin ich nicht. Ja, ich bin hinter dir. Sieh, dass er das ist? Ah, ne, da vorne. Ich dachte gerade, der ist der Captain. Ja, ja, das ist der Captain. Ich hatte mein Captain. Nur weil ich klein bin. Du kennst mich doch gar nicht. Das ist shaming. Ich sehe ihn. Warte, ich geh vor. Verschützt man den Raum. Dann musst du wieder raus. Ja, ich bin einmal getroffen. Er ist raus, er ist raus. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Er hat ein bisschen Schaden. Ich habe ihn schon dreimal getroffen. Der Typ stimmt einfach nicht. Oh, ein Hula-Gerfekt. Das ist halt so eine kleine Mistratte. Hey, ich bin nicht klein. Aber der Mistratte, oder wie? Du bist winzig. Er ist unten ins Kanalrohr. Ja, toll. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich nach Waffen gesucht habe kurz. Ich weiß mal, wie der rauskommt. No! Da ist er doch. Gary's Blood and Joyer, stay. Okay, warte, hier unten. Hey! Da ist das Kanalrohr. Da könnte ich jetzt auch reinspringen. Das ist das Ding. Hä? Seit wann haben wir denn hier ein neues, äh... Warum hast du Captain gekillt? Neues Interface. Oder warum hast du Captain gefunden? Ich glaube, das war irgendwie Affekt von uns beiden. Alter, Spax, ist das dein Scheißernst? Warum? Was war das denn? Der Zug hat sich bewegt? Ich war Sheriff, du kannst mich mit dem Zug nicht töten. Was ist das? Oh, ich... Ich werde hier belebt. Sorry, ich habe dich abgeschossen und ich hatte kurz vorher einen defibrillator gekauft. Ich werde hier belebt und instelle ich gerne mit Thomas. Die machen ein Fäkalienengel, liebe Leute, schaut mal. Was ist das für eine Rotze? Das sind fachmännisch gerechte Fäkalien. Ohne Witzbecks, Alter. Ich werde wieder belebt. Guck nach hinten und direkt Thomas ins Gesicht bekommen, ey. Es wäre so ein schöner Kill gewesen. Ihr wart alle auf einen Punkt. Benutzt er hier auch noch meinen Thomas, Alter? Der Detective kann nicht gekillt werden durch den Zug, Alter. Warum denn nicht? Also, ich höre hier nur Mi, 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 Mi. Ja, das ist ja auch Bullshit. Benutzt er hier meinen Thomas? Ich habe die letzte schon benutzt. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht schon mehrfach gesagt worden ist. Zu mir nicht. Mir wurde das nicht kommuniziert. Doch, das war tatsächlich in der Vorbereitung so gesehen, wurde es gesagt. Wann? Das war auch, wo du den Käpt'n weggenudelt hast, war das genau das Gleiche. Echt? Was mache ich dieses Trampolin? Kann man da wirklich drauf springen? Ja. Käpp'n, Käpp'n. Ja. Oh. Dein Fallschaden, Hilfe. Ich drehe jetzt mein eigenes Ding. Okay, Käpt'n ist unschuldig. Wollte ich mich verarschen? Was ist das denn? Und Speckstaff nicht aufs Trampolin? Ich will mich nicht dazu äußern, was gerade passiert ist. Ich habe mich schon gefreut. Ja, nochmal, nochmal, Traitor. Gehe aufs Trampolin, spring hoch. Ich habe erst noch so Controller in der R, ich kann mich noch bewegen und auf einmal geht es irgendwie nicht mehr und ich knall auf den Boden. Au. Ich bin kein Schnitzel. Ja, das wird ein Clip, Leute. Dieses Kack-Trampolin, ey. Ah, Trabampolin. Aber jetzt zum 5. Mal, was macht die sonst? Was denn nun bitte? Ich glaube, die brauchst du für den Traitor-Tester zu benutzen. Okay. Welches Trampolin eigentlich? Wo ist das überhaupt? Das sieht aus wie so eine Zielschweige. Keine Reinkommens-Links. Granate. Da liegen ja nur Scheiß-Waffen in dem Spielzeugladen. Ja, über all die nur die amerikanische. Das kann gar nicht amerikanisch sein. Oh, krass an, das kann kein amerikanischer Spielzeugladen sein. Mir fehlt ja auch meine. Ich bin einfach viel zu bescheiden. Meine Lieblingswaffe fehlt mir ja auch. Jemand ist effektiv. Ich muss ja in das Lesen. Granate. Granate zwischen euch Leuten. Hallo. Wer muss, du bist gar nicht noch reingerannt, glaube ich, eine Brandgranate. Hallo. Ich bin nicht einiges Schaden aus dem 2.6 bekommen. Danke. Das ist wieder nur 76. Ah, doch ist eine Brandgranate. Du kannst lesen, was meine Rolle macht. Ja, äh, Käpt'n ist es. Ich will dir nicht tief, man hat auch mich gestossen. Wo seid ihr? Ah, er ist unschuldig. Ah, okay. Ich verstehe. Ach nein, er ist unschuldig. Er hat auf mich geschossen. Hallo. Du könntest auch defektiv sein. Du oder Kackers sind es. Wir müssen das austesten, oder was? Späß. Wie klar seid ihr? Ich fühle mich unwohl im Alter auch. Rämsel. 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 Warte mal, dann muss er doch defektiv sein, wenn er ein Schwert hat. Nein, 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 nein. Das Master-Schwert hatte Detektiv. Ja, das ist tatsächlich ein Argument. Wer hat was? Na, er hat ein Schwert in der Hand, das heißt, der andere muss doch defektiv sein, oder nicht? Theoretisch. Nein, weil ich weiß ganz genau, dass ich Detektiv bin, Alter. Ich würde es auch mal versuchen, auf ihn schießen, oder nicht? Der Detektiv kann das Master-Schwert nicht kaufen. Sicher? Ich würde dich ganz kaufen. Also, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht diese... Diese Bastarde. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Das ist buchstäblich shit. So, easy. Alter, dein scheiß Ernst. Hä? Warum killst du noch beide weg? Wenn Khadgar der andere Traitor war. Warum habe ich jetzt gewonnen, wenn Bamse neben mir stand? Ach nee, habe ich nicht. Was für eine Rolle hattest du? Ich hatte... Ach, ich bin blöd. Ich war gerade verwirrt. Ja, ich war gerade verwirrt. Aber Captain, warum hast du mich gekillt? Ich hätte mich auf die Schüsse geschossen. Er ist Traitor. Ich war mir gerade sehr sicher. Er ist Traitor, kann aber die Traitor-Runde nicht gewinnen. Und weil er mich mitgetötet hat mit der Falle der Ochse... Ja, ich war gerade dumm. Du hast auf mich geschossen, oder? Das habe ich verloren. Ich war gerade verwirrt. Ich habe dich auf dich geschossen. Oh, da war es mein Fehler. Aber es war doch so, wenn der, der das Schwert hat, kann ich defektiv sein. Er war aber defektiv. Ich war detective. Khadgar war Traitor. Der mit dem Schwert, der zwar. Ja, der war Khadgar. Und der war später. Aber das ist so, dass der Traitor das Schwert nicht kaufen kann. Ja, anscheinend nicht. Das war Quatsch. Ich kann gerade in der Hand halten, bis sie... Und damit sie länger... Ey, ich war detective. Ich war nicht defektiv. Ach, du warst defektiv. Ach, leider. Ich... Ich... Mach's nur schneller für mich. So. Hm. Erzucker kommt mit, dann siehst du, wie ich meine Granaten werfe. Wenn ich es schaffe, wie auch zu kommen. Ach, so. Meinst du, ich gehe diesmal ohne Schaden raus? Naja, ich denke. Da läuft auf jeden Fall jemand. Das ist der Captain. Ich habe eine Granate in die Richtung. So, ja. Es war schon mal gut. Okay, jetzt ist ziemlich schnell explodiert. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Du weißt mir auch nicht, Raffa. Du steh' ich nicht darüber. Okay, also Specs war es schon mal nicht. Was war ich nicht? Die Thomas, die gerade zuhören ist. Okay, ich hab die halt nicht gehört. Dann war es wahrscheinlich der Captain schon so lacht. Oh, scheiße. Was geht denn hier ab? Wie dumm kann man sein? Nein! Wo geht denn hier was ab, Leute? Okay. Hey. Hey, ich hab Bälle. Oh, scheiße. Was ist denn los? Ich hab' den Bällen gekrochen. Das ist schön, dass du den Bälle hast. Naja, ähm. Captain ist tot und er war Blocker. Er lacht weiter. Ich weiß nicht. Was geht hier gerade ab? Komm, lass ihn doch lachen. Ja, ich lass ihn ja lachen. Ich denke, er braucht seine 5 Minuten. 5,10 oder was auch immer. Er war so witzige Weise gestorben sein, oder? Er fand das so witzig, dass sein Geist aber weiter gelacht hat aus dem Jenseits. Aber Khadgar fehlt. Und dann muss es ja eigentlich Khadgar sein. Weil Saku ist es bestimmt nicht. Und von Wemse gehe ich so erstmal nicht aus. Und Khadgar ist ruhig. Oder ist Khadgar definitiv tot? Okay, Khadgar ist definitiv tot. Dann muss es Wemse sein. Das ist gerade nicht. Nee, es muss Wemse sein. Objection? Was Objection? Ich bin es auf jeden Fall nicht. Sonst hätte ich nicht hier gerade Captain gehabt. Nein, also wechselst du. Und Saku kann es auch nicht sein. Objection? Also musst du es sein. Hier liegt auch ein Leiche. Was ist das? Das ist Khadgar. Okay. Okay, also Wemse. Objection? Fragezeichen. Such nach dem weißen Mann. Da ist er dahinten. Was? Da, wo ich hin schaue. Wo schaust du hin? Ja, du siehst es doch eh nicht. Ich rede mit Sacko. Da ist er. Er ist um die Ecke. Ah, ich muss nachlanden. Okay. Ich muss nachlanden. Easy. Bei auf allen weißen Mann. Was soll das? Ich bin ein Traitor. Also das ist echt peinlich, Leute. Das ist halt jetzt so witzig. Captain kommt als Traitor wieder und holzt mich erstmal voll über den Haufen. Und ist, yo, Cap, einwandfrei. Weißt du, zwei Blocker. Weißt du, optimal. Und ein Polster honkt mich um. Perfekt. Ich hatte keine optimalen Startvoraussetzungen. Das möchte ich mal so dazu sagen. Ich finde es auch gut, wie Wemse einfach so dagegen argumentiert. Sicher er ist es und er argumentiert trotzdem noch so dagegen. Ja, was soll ich tun? Was willst du auch machen? Weiß ich nicht aufgeben und uns angreifen? Ich war mit heruntergelassenen Hose, mit dem Rücken zur Wand und mir waren die Hände gebunden. Zur gleichen Zeit. Das tut mir so leid. Mit heruntergebundener Hose. Mit heruntergebundenen Hose. Immer diese heruntergebundenen Hosen. Ich meine, was soll ich denn tun? Ich wusste 2 zu 1. Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, ich war ja undiside. Das heißt hier peinlich. Ich habe effektiv gearbeitet. Schon wieder? Wie, dass ich vor meinem Team in den Rücken geschossen wurde. Das Ding ist halt, ich habe so sauber den Käpt'n umgenatzt. Das hat keiner mitgekriegt. Das Ding ist halt, ich war pure. Es war für mich eigentlich schon Risiko genug, überhaupt auf den Käpt'n zu schießen. Weil wenn er es nicht gewesen wäre, wäre ich halt tot. Nee, nee. Dann wärst du normaler, ähm, unschuldiger geworden. Stört der Pure nicht? Nee, nee, der Pure ist, wenn er gekillt wird, wird der, der ihn killt, blind. Ja, okay. Und wenn der Pure einen vom eigenen Team killt, dann wird er ein normaler, unschuldiger. Ah, okay. Ja, dann bin ich auch, äh, blöd. Ja, ich habe es heute nicht so mit Rollen. Hat man ja, äh, ganz am Anfang gesehen bei dem alten Mann. Das ist krass. Ja, wie gesagt, das wird ja angezeigt. Ich habe es nicht euch gemeint, sondern die Rolle. Aber ja, Kaka, du bist auch alt. Boah. Also, ich bin dafür, dass Spex im neuen Jahr dann ausgestopft wird. Hey. Ja, ich habe Spex gerade mal von der Runde ausgeschlossen. Auch wenn es mich Karma kostet. Was? Und was ist er? Undecided. Was, ist das wirklich gemacht? Was heißt denn undecided? Er kann sich zwischen drei Rollen entscheiden. Hat er wohl nicht gemacht bis jetzt. Also wäre nach 20 Sekunden eh gestorben. Wenn er sich keine Rolle ausgesucht hat. Achso, du bist. Ja, immer noch. Wo ist denn mein Wemmy? Wollte ich jetzt eigentlich sagen, wie es wäre ich gewesen wäre, wärst du schon tot gewesen, aber dann hättest du mich gekillt. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Alter? Ich bin jetzt hier fast runtergefahren. Das ist doch... Du musst mal das Trampolin ausprobieren. Spex fand das ganz toll. Ja, schön. Wow. Die Basketbälle hier im Regal sind Frisbees. Ist ein Blatt. Thomas, bist du's? Nee, du bist nur eine Eisenbahn. Tschut, tschut. Ich will mitfahren. Motherf***. Bin ich hier gelandet? Ich will mitfahren. Ich will Anvil-Tourne-Wenn spielen. Ich fahr grad mit. Keine Ahnung, was ihr macht, aber ich schille mein Leben, Alter. Wollte mich grad runterzukommen, ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Tschut, tschut, tschut. Ey, schmeiß mich nicht runter, du verfickte Eisenbahn. Ich fahr jetzt hier mit. Oh, hi, Barbie. Na, wie geht's denn, Sarah? So, tschut, 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 die Eisenbahn. Wer will mit, stellt sich an. Wie ist so genau? Ah, ist es so schön. Keine Ahnung. Da ist Babys Traubbett. Oh, hallo, Barbie. Ah. The Wheels on the bus go round and round. Was haben wir denn hier gelandet? Ah, schön. Hä? Wolle habe ich jetzt hier über den Menschen. Uncap, Metal-Album auf die hier bei dir? Äh. Äh. Mist, er ist abgestört. Hey, Cap. Äh. Äh. Wollen wir uns außerweise mal nicht killen? Spex. Oh, cool, Eisenbahn. Ja, da habe ich gerade schon mitgefahren. Spex ist der Erste, der gefallen ist, Zacko. Ja, der ist leider gefallen. Leider. Hast du doch selbst identifiziert. Ja, der hat sich leider selbst ausgeschlossen. Das war doch Wemsel, oder? Nee, das weiß ich. Der hat Capo mich alt genannt. Warte mal, wenn Wemsel tot ist und Spex nicht da ist, und Katka und Sako nur noch da sind. Das ist Sako, oder? Wir können ja mal ausnahmsweise zusammenarbeiten. Wir uns zusammenarbeiten ja von mir aus. Einmal geht das schon. Ja, komm, hier. Du hast bald Geburtstag. Da kann man mal was anderes machen. Ja. Das war Wemsel, der hier vorne lag. Das war Wemsel? Okay. Das ist Wemsel gewesen. Null. Warte, sieht man es nochmal? Nee. Das ist Wemsel. Okay, ich habe auf jeden Fall... Alter. Was war das denn jetzt? Äh? Warte mal, äh, mein Stil. Spex, bist du wiederbelebt worden oder sowas? Nee, ich war tot. Seit Anfang an halt. Er ist Wemsel, der hat sich gerade bei mir beendet. Lieben wir. Okay, Null. Ja doch, du lagst hier oben. Ja, und ich war drunk. Das war mein Fehler. Ich dachte, deine Leiche wäre bis nach da hinten geflogen. Wer war's denn jetzt? Wer war denn jetzt? Nee, Sako war doch. Sako war Traitor. Nein. Ich war auch. Sako dafür wird Wemsel gekillt. Laut Wemsel. Laut Wemsel, ja. Aber ich habe mich umgemuddelt. Sako war das Pharao. Ja. Hä? Eigentlich hätten wir... Unschuldigend gewinnen müssen. Ich war Imitator und habe Wemsel weggeschossen und habe mich dann zum Pharao gemacht, um eigentlich als Unschuldiger zu gewinnen. Sag ich mal. Okay. Äh, vielleicht ist deswegen das Spiel abgeratzt. Joinst du hinterher? Kann natürlich auch sein, dass es jetzt schon die letzte Runde ist. Müsste ja normalerweise die letzte sein, ja. Ja. Und Cap, das konnte ich mir jetzt nicht... Konnte ich nicht widerstehen. Da werde ich mir was schmecken lassen. Ich habe eine Steam-Nachricht bekommen, dass Sako jetzt auch Garry's Mod spielt. Schön. Oh, habe ich auch gesehen. Oh, wäre auch schön, wenn ich einen tollen würde. Ich bin dran. Leute, ich stelle euch gerade hart um den Weg. Wo geht es denn zu dieser Rutsche? Ja, Sako, du wirst eh spektieren, also. Ja, ich suche gerade jemanden ganz anderen, also. Oh nein. Nicht dich. Ich habe mich schon lange gefunden. Oh nein. Oh, hier ist meine Ecke. Ah. Cap, Cap. Was denn? Wir wollen ja Freunde bleiben, oder? Hast du gerade rot gekressen, oder sowas? Man bekommt immer zehn hier Damage-Fallschaden, wenn man an diese Rutsche reingeht. Was ist denn für die Rutsche, Alter? Ich bin lieber zum Zug. Das ist viel besser. Ich gehe halt zum Zug. Ich hänge hier an den Bisschen fest. Hilfe. Jetzt. Nee, jetzt. Spex stirbt an Trampolin und an Kissen. Wow. Was? Ach komm. Was ist passiert? Was, wo soll ich hingehen? Ich hatte auch gute Momente diese Runde. Also. Ja, beim Einloggen. Komm. Wo seid ihr denn alle? Ich bin beim Katka. Das ist relativ. Das ist relativ. Ich tue, wie habe ich das? Bei 1000 einfach niederschießen, ey. Ja, ich habe es vor. Der schießt gerade einen. Ein Chef guckt vor you. Danke. Danke. Ja, na schön. Danke, Rüder. Hey, der Kerl. Das funktioniert auch nicht. Arden kriegt er aber. Ich muss sagen, diese Map ist halt immer noch so groß, dass ich mich nicht ganz zurecht finde. Du findest dich auch auf kleinen Maps nicht zurecht. Jetzt tu nicht so. Oh, das könnte sein, muss aber nicht. Na, Köpt'n. Na, Wemi. Was geht da? Ah. Ah. Warte mal. Aua. Da hinten geht es zur Kanalisation. Uäh. Da ist auf jeden Fall irgendwie so. Glück ist morgen Berufsschule. Berufsschule. Oh. Oh, Specs, hast du noch nie einen Werner gesehen? Hast du noch nie einen Werner gesehen? Der guckt keine Filme. Was? Außerdem bin ich nicht so alt. Ja, und? Ich weiß nicht, muss man das kennen? Ja. Okay, wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ich kenne es auf jeden Fall nicht. Ey. Was war das denn jetzt? Das war ein Reflex. Aber der richtige. Ach Gott. Hauptsache ich konnte Katka noch wegnatzen, das war es mir wert. Ja, dann hatten wir Glück, dass wir Zako die Runde nicht nochmal sehen mussten. Ja, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Wir sind... Ix. Ix. Oh, Käpt'n hat er zugelernt. Oh. Ich bin stolz auf ihn. Ich werde die nächste Runde nicht töten, wenn ich noch... Tschüss. 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 Fröhliche Weihnachten einander. Macht's gut. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020